Moin Leute, wir sind's wieder, Hans und Ricky, Marcy ist dabei, huch, jetzt stuggelt's, hallo, jetzt hackt's, hallo, er ist über Skype dabei, wir spielen Minecraft und haben gerade eine Höhle, leicht, mit TNT, leicht, das geht noch in zwei Richtungen weiter, in Creative Mode, wow, bist du bereit? Marcy, bist du fertig? Ähm, ja, dann komm hier vorne hin, die Portion, Tim, mehr oder weniger, machen jetzt auch keinen Unterschied mehr, warte, warte, oh, heftiges Ding, ah, du machst die Dings, also wir haben es ein kleines bisschen übertrieben, und da werden wir jetzt da rüberfliegen, damit wir sehen, wie die Explosion ist, soll ich's? Genau, zünde, zünde du Boah, scheiße, wie das hart Drei, zwei, eins, go Und? Alter! Ne, noch geht's Boah, das ist da unten? Ist jetzt alles weg? Das ist alles weg Das ist sogar noch mehr, da ist sogar noch mehr weg Jetzt bist du gerade aus dem Spiel abgehauen Ja, weil ich nochmal neu geladen hab Warte mal, hast du Daraus sind wieder rein, da fehlt noch mehr Da hinten Na, hier, die, die, die hier sind noch nicht angezündet, warte mal Doch, die sind schon angezündet, das hat der Server nicht nachgeladen Achso, also hier ist auch alles weg Ja Hä, nein, hier ist nicht weg Boah Wir haben's leicht übertrieben Zünde, die hat sich die noch anzuzünden Ah, ne, er glitzt also durch, die sind wirklich weg Okay Ach, verdammt Wir haben gerade den Server halb gekillt Es hakt, es hakt Das hier, das war mal ein dünner Spalt Ich bin stolz auf die Ecke hier, die hab ich schön ausgeclustert Welche, wo bist du? Da, unten Ja Und das gleich machen wir jetzt nochmal Ja, gleich So, dann War's, was das erst war Leute, ihr habt gerade eine Minecraft-Sprengung gesehen Habt ihr wahrscheinlich schon 10.000 andere, aber Die hier war cooler als alle anderen Wow Wir sehen uns Tschüss